hallo herzlich willkommen zur folge 98 von transport fieber wir fahren durch den tunnel wie ihr gerade seht ist etwas neu nämlich man kann nämlich jetzt durchgucken was heißt nicht jetzt ist schon ein bisschen länger her so und hier liegt auch ein bisschen was an an kunststoff nämlich in der ölfabrik und da hängt nämlich auch dieser zug her und der ich möchte diesen zug haben und da bringt nicht so viel mit wir finanzen ja guck mal der macht ziemlich miese es ist nämlich auch alles hier rück laufend das viel öl da nur noch übelst viel kunststoff im lager warum tut denn der das nicht herausgeben oder bretter zug was macht er so der holt bretter ok wo kriegt er seine bretter hervon den lastern er ist eine stemme meinte ich und das ist hier ok das läuft sich noch ein das läuft sich noch ein jetzt tun wir mal beobachten so meine lieben freunde haben sich die hier schon gewechselt wir gehen wechseln ich habe gesagt sofort ersetzen und schon immer noch 50 von 50 der hier der ist schon neu der ist neu noch mal uns den lieben kam es mal an ja zack 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 ich schaue ganz gut aus ist doch der zucker aus dem stoppen menü wenn mich das nicht täuscht sehr gut jetzt die begegnung hier guck mal von denen aus gehen wir mal hier in die perspektive ok mal hier drüben in die perspektive da können wir den ein bisschen beobachten ja schaut schon gut aus muss sagen das muss ich sagen was ist das hier der bringt treibstoff ok somit eigentlich die einzigste verbindung ist nur ein kleist angeschlossen gucken wir mal nach alfhausen wir wollen alle 1000 wachsen sehen was machen wir da wir gucken erstmal hier rein das heißt wir kriegen lebensmittel und treibstoff wo kriegen wir den lebensmittel wenn die per hier oben sind auch theoretisch noch waren aber die laufen noch nicht ok werkzeuge waren sind oben plus die lebensmittel unten sind ziegel und maschine wir gucken erst mal die lebensmittel werden von hier oben geholt sehe ich gerade wenn ich da mal in das depot schaue der straßenfahrzeuge da muss doch hier irgendwo wenn ich sie überhaupt finde wo ist es denn da gibt es denn schon für den güterverkehr sie haben neue nachrichten ja schön hoffentlich werden die nicht angezeigt die ist auch schon ordentlich verkehr ist wirklich schon ordentlich verkehr die ist nämlich voll was sind das hier der express der fährt glaube ich hier durch ne jo wenn ich mir das mal so anschaue wir hatten 317 für den grünen zug ist das der grüne zug her ja ja ok und dann gehen wir hier mal in die details guck mal fahrzeugersatz und holen wir hier ein bisschen was neues das war der alte 120 stunden kilometer die 90 ist diese lokomotiven versteht nicht ob das elektrische soll nicht nirgends da kann ich doch ja warte mal ja dampf elektrisch diesel alles klar 120 kann die die 90 wenn wir uns elektrische gehen wird es da schon mehr 140 und ins in den dampf ok 5 millionen und die kostet 8 millionen ist die eigentlich schon die bessere wahl so passagier wägelchen können aber nur 120 die können aber nur 120 die können aber nur 120 dann gucken wir mal auf die leistung das sind 1400 doch muss auch mal auf die auf die zugkraft gucken 200 kilo newton und das ding hat 150 kilo newton hat aber auch mehr leistung 150 autospeichern 200 sind schon ein paar gegensätze aber nichtsdestotrotz ist die ja schneller und guck mal cool mach mal so und übrigens wenn ich jetzt die farbe ändere wird das im menü angezeigt das heißt wenn ich die jetzt grün mache und mache den nochmal weg das sieht in dem grün nicht so schön aus aber in dem naja mach mal ganz dunkel ja das schaut gut aus so passagierwegelchen ja das schaut auch hervorragend so das sind 63 84 105 mach mal den mal 300 meter lang so so fahrzeugersatz 1 nicht 25 100 und auch mal bitte so futter setzen 10 millionen alles klar die sind nämlich erst ja genau mach mal so so sehr schön sehr schön haben wir das getätigt und ich würde vorschlagen wir gucken uns den lieben zugleich mal an ist das der nein es ist der express hier ist der grüne guck mal bye bye guck mal jetzt wirst du gewechselt jetzt wirst du gewechselt und gucken wir gleich mal zu ich habe noch ein foto gemacht zum abschied und das ist der jetzige mein lieben freunde cooool dann stellen wir uns mal heraus und zum ende der folge gucken wir uns den prächtigen kern mal an schau doch ganz hübsch aus über die strecken gefällt mir sehr da passt doch gleich ein bisschen mehr rein nämlich 252 man wow ist das ein riesen ding jetzt müssen wir nur wegen der weiche gucken hier war doch so eine weiche wo ist denn die oder ist es nur ein zug auf der linie äh details ich glaube das ist nur ein zug weil die linie so kurz ist ne wechselt irgendwo die gleise hier vorne da ist hier nochmal ein gleis wechsel irgendwo nein das ist gut erwarten jetzt auch schon über zu viele und die können auch gar nicht mal alle mitgenommen werden stellen wir uns jetzt mal hier hin zack zack machen wir mal ein foto ein neuer zug durch den kattelhof fahren und joo damit geht es dann auch nächste folge weiter meine lieben freunde ich verabschiede mich bis dahin tschüss bis dahin Vielen Dank.